Der eine oder andere hat es vielleicht schon auf meinem anderen Kanal gesehen. Ich bin Vater geworden und das bedeutet für mich auch, dass ich insbesondere jetzt daran denke, wie wird es meinem Kind gehen in fünf Jahren, in zehn Jahren? Wird es mit Duplo spielen, wird es mit Lego spielen oder wird es vielleicht Playmobil nehmen? Das ist eigentlich alles egal. Hauptsache, es ist glücklich und zufrieden und wächst in ein Leben auf und in eine Welt, die sicher ist, die aber auch viele Möglichkeiten weiterhin bietet und die menschlich bleibt, wo man sich nicht gegenseitig Vorwürfe macht, wo man sich nicht gegenseitig umbringt und wo man wirklich noch mit hoch erhobenem Kopf auch drin leben kann, wo man Leuten hilft, die Hilfe benötigen und dass das alles eigentlich so irgendwann weiterhin noch Bestand haben wird. Und so ein bisschen Angst habe ich jetzt nach den Ereignissen in Berlin, dass das vielleicht nicht mehr so sein könnte, wenn man tatsächlich diesen Idioten, diesen Terroristen auf den Leim geht und die Zwietracht, die sie sehen, dann auch gleich aufnimmt. Ich bin absoluter Verfechter dessen, dass man Leuten, die Hilfe brauchen, auch hilft. Also die Willkommenskultur halte ich weiterhin für wichtig und das darf auf keinen Fall sich aufgrund solcher Dinge ändern, dass man sein menschliches Gesicht in Frage stellt, weil andere meinen, dass jetzt durch solche Gräueltaten und solche schlimmen Dinge in Mitleidenschaft zu ziehen. Man muss sich auch immer denken, so ein bisschen bleibt es vielleicht ein bisschen beim Thema. Ich gehe davon aus, wenn man die Statistiken sieht, von denen, die zu uns kommen, die Hilfe suchen, auch die spielen alle mit Lego und würden gerne mit Lego spielen, die Kinder. Haben es vielleicht auch, jedes Kind auf der Welt hat, glaube ich, mehrere hundert Lego-Steine, theoretisch, statistisch, muss man sagen. Und sie alle wollen eigentlich nur bauen, beziehungsweise ein glückliches Leben haben. Und das sollten wir immer im Hinterkopf haben, wenn man jetzt anfangen würde, irgendwelche Vorwürfe zu machen, irgendwelchen Leuten pauschal irgendwelche Schuld in die Schuhe zu schieben. Es sind eigentlich alles nur Lego-Bauer. Und dabei sind leider ein paar, die anfangen, die großen Gebäude wieder einstürzen zu lassen. Und denen sollte man keine Chance geben. Bleiben wir menschlich, finde ich. Und tschüss. Und tschüss.